Jetzt muss ich sie wieder hier rüber locken. Jesus, Leute, mach mal keinen Stress. Ich bin noch nicht... Aua, ich brenne. Fuck. Fuck. Ah, meiner bin ich echt ein Schwachkopf. Ja, die Rüstung geht wirklich schnell runter. Ich glaube, die sitzt auch gleich am Arsch. 0%. Deine Schwabbel kommen auf dich. Ja. Wupp, 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 wupp. Ich muss mal schnell die Rücks... äh, die Rücks... genau, die Rüstung wechseln. Hey, ich bin so intelligent. Warte dir kurz auf mich. Ich muss schnell die Rüstung wechseln. Ich töte nur die Schlange und töte mich, damit ich dann wieder daheim respawnen kann. Lange Glocke. Äh, ich hab nur noch Magieroben. Was für ein Roben? Ich kann nur noch, äh, ich hab nur noch Magieroben. Ein Roben? Da kann ich genauso nichts anziehen. Ja, genau. Komm, nackig. Mausi. Nackig. Sieh dich aus, Klingeln aus. Ich weiß nicht, was gibt's gerade an Lounge-Titeln? Für die Playsee? Assassin's Creed 4? GTA 5? F-f-fünf? Glaube ich. Sicher? FIFA 14. Echt, oder? Das war's. Ja, genau. FIFA 14 gibt's auch noch. Was war das, Gott? Ich hab dich gar nicht schlagen sehen. Warte mal, mach mal. Ich hab dich echt schnell. Sonst weiß ich gerade so auch nichts, was? Wandfalle. 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 Die Wand rechts unten ist es, äh, vielleicht... Ach, jetzt kann man sich unter den Dingern endlich durchdrucken. Die Wand rechts unten ist es vielleicht, äh... Was? Biken. Was war das? Nicht zu schaffen. Was wie GTA, äh, was wie PS4, so alles draußen, kann ich sonst auch nicht sagen. Bis auf, glaub, GTA 5. Glaub ich. Glaub ich eher nicht. Glaub ich eher nicht. Dann halt FIFA 14 und... Assassin's Creed. Mehr weiß ich ehrlich so auch nicht. Aufpassen. Bei, bei... wartet ihr, ne? Bei... Bei... Xbox ist es ja... Forza. Forza, genau. Das ja richtig gute Bewertungen im Moment hat. Ich hab schon mal ein bisschen illuminiert da, ne? Ach. Genau, siegut mich. Hört dir deinen Sack an. Ach ja. Ach, 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 ja. Oh, meh. Komm, mach mir voll unterm Arsch. Oh, musst noch... Hä? Oh, ja. Das ist aber weh, du Crouch jetzt. Niveau... Äh, Moment mal. Warum bleib ich hier eigentlich so lange stehen? Die können mir ja gar keine Rüstung mehr kaputt machen. Oh, aber ich kann verrechnen. Mir ist gerade echt aufgefallen, ich krieg fast keine Erfahrungspunkte. Ich auch nicht, stimmt. Ich krieg überhaupt keinen. Ich auch nicht. Das ist vielleicht nur so ein Spaß-Dungeon. Und wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Oder, warte mal, die... Du hast eh nie viel Erfahrungspunkte bekommen, das war bloß immer an der Endgegen, glaub ich. Wir haben... Ich hab überhaupt keine gekriegt bis jetzt. Wir haben andere Avatare. Ich glaube eher, die ich gegen das Quart jetzt hat. Ja. Das Quart war der meine. Jetzt hab ich schon wieder kaum Leben. Ja. Das wäre ganz gut, wenn ich den nächsten Spawn bekomme. Ja. Falsches Loch. Das ist alles mit Truhe. Es wird bloß gut, dass... Wenn ihr mal nochmal zurückkommt, da sieht man eine Truhe. Ja. Habt ihr die auch schon gesehen? Ja. Kommt man da irgendwie hin? Nein. Oder warte mal, da geht bloß theoretisch doch nur durch die Wand. Irgendwie schon, ja. Du Sackgesicht. Fuck. 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 Hehehe. Na toll. Rolle dem Nahkampfmeisterschaft. Das könntest du sonst wo hinschieben. Ja. Wenn ich nicht genauso... Genauso gut starb. Da... Da... Da. 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 Und. Hab's auch... Rausgefunden, oder? Mhm. Nach unten geht's bitte. Ja. 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 Schauen. Pfeile. Pizza. Bubbel. Pfeile. 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 Kohle. Kohle. Pfeile. Pfeile. Pfeile, 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 schubtidoo. Ja, Mekka. Pfeile, Pfeile. Wir haben Mekka. Mach Schlicht. Juhu. Pfeile. Mach Schlichter. Ja, okay. Ich bin nicht gleich gut. Keine Ausquad, kümmert du dich um die Ameisen, gute Idee. Ich hab ja 128 Pfeile, da könnte ich auch mal von hinten. Von hinten? Ja. Ja, ich bin der... Analspritze. Ich bin da oben oder hinten. Du müsstest nur richtig denken, dann geht das schon. Vor allem du, Flo, weißt du, richtig denken. Fuck. Ich bin irgendwo runtergeflogen. Flo, ich runtergeflogen. Wow, der kommt bis hier hoch. Offensichtlich. Du Trott, du sollst ja mir vorbei rennen, mach du die Pleite. Du hast hier die bessere Rüstung, hallo? Waffe vielleicht Rüstung? Nein. Ah, da ist wieder Sauron. 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 Äh, ich denk dich, ich sag... Ich mein, ich unterstütz dich wohl. Aber voll dreckig bestimmt. Ja. So sieht's aus. So, grad noch. Warte noch kurz, ich komm gleich. Warte, ich schände deine Leiche. So. Siehst? So schnell geht's. Ich warte auf euch. Achso, du bist schon unten. Ich dachte... Ja, ich bin grad irgendwie voll mit Weißern. So, hier gibt's sehr viele... Sehr viele Einbuchtungen, wo ich glaub, dass es noch irgendwo reingeht. Pfeile. Pfeile, 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 Pfeile. Ich helfe dir mal. Ich helfe dir mal. Pfeile. Ah, also Pfeile haben sie jetzt zum Glück mehr als vorher. Äh, Asch durch die Tür oder den Bubble? Was gibt's hier? Oh, ne Aschbubble. Ja. Cool, ist er so weg? Ah. Aha. Das sind immer bloß so Storylines hier wohl. Wahrscheinlich. Weil manche, äh, eigentlich sind die ja wichtig, dass du weiterkommst. Vielleicht haben sie das auch anders gemacht. Eigentlich. Ja, ist klar. Diese Leiter halt, Asch. Pfeile. Aua. Pisse. Oh. Das sind ja zwei. Die rennen einfach weiter, hallo. Statt, dass wir zu dritt drauf. Ja, genau, das herrscht davon. Ich hab hier ne Ameise. Das ist schassi. Ne, Ameise. Oh fuck, jetzt hab ich so weit laufen. Und? Rolle der Feuerimmunität. Was ist der? Feuerimmunität. Okay. Scheiße, muss ich weit laufen. Achso, du hast das schon weggenommen. Und was macht die? Feuerimmu. Schätz dich mal, warte mal. Wheel abundance und dann platzieren. Und das Ganze, aber wir haben, ich sollte das wirklich auf einmal hier werfen. Vielen Dank.